Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Willkommen zurück bei den Filmbesprechungen vom Tele-Stammtisch und willkommen zurück zu unserem Special zum Doc-Fest München, dem Filmfestival, auf dem dieses Jahr wieder über 100 Dokumentarfilme aus aller Welt zu sehen sind. Wir haben vor ein paar Tagen schon über eine Handvoll Filme gesprochen, unter anderem über Yohatsu, My Stone Planet und Archiv der Zukunft. Heute haben wir nochmal ein volleres Programm mit noch mehr neuen Filmen. Empfehlungen oder keine Empfehlungen, mal sehen. Wir, das sind wir beim letzten Mal, Kathi, hallo. Halli, hallo. Und ich, Paul. Und genau, zum Doc-Fest München nochmal ganz schnell für alle, die unsere erste Ausgabe vielleicht noch nicht gehört haben. Das ist, wie gesagt, ein Dokumentarfilm-Festival, das wie in den vergangenen Jahren auch schon im dualen Modus quasi stattfindet. Nämlich sowohl vor Ort in München als auch online auf der hauseigenen Streaming-Plattform. Das Festival ist inzwischen vorbei, vor Ort in München. Also in München, direkt in den Kinos kann man keine Dokumentarfilme mehr schauen. Aber bis zum 20. Mai gibt es noch die Möglichkeit, viele der Filme auf der Streaming-Plattform anzuschauen. Und ich meine, von denen, über die ich heute rede, sind, glaube ich, alle sogar auf der Plattform. Und ich glaube, ja doch, bei dir auch. Du hattest ja auch die zwei, die müssten auch beide online verfügbar sein. Also vielleicht schnappt ihr hier noch den ein oder anderen Film auf, an dem ihr interessiert seid und schaut dann gerne mal dort bei dem Programm vorbei. Und ich würde sagen, wir reden nicht lange drum herum und starten mit etwas, was wir letztes Mal noch nicht wussten. Wir haben das ja relativ am Anfang des Festivals aufgenommen. Wir starten mit den Gewinnern des Festivals. Und die sind mittlerweile auch bekannt gegeben. Die wurden da am vorletzten, beziehungsweise am letzten Tag eben des Festivals vor Ort dann ausgezeichnet. Und der große Gewinner, nämlich der Gewinner des Victor Doc International Main Competition, ist ein Film, über den wir in der letzten Ausgabe gesprochen haben, nämlich Yohatsu. Ja, den, also wenn ich Interesse so zu sagen haben könnte, der gerne die erste Ausgabe nachhören. Ich weiß nicht, wie viele Filme aus der Main Competition du jetzt geschaut hast. Ich habe jetzt Yohatsu und Watching You und Life und Other Problems geschaut. Ich muss sagen, dass mir da doch andere Filme besser gefallen haben. Aber ich verstehe auch, warum dieser Film da diesen Preis auch gewinnt, weil der war schon sehr, sehr gut. Und hat auch ein Thema, was man halt, also ich wusste von dem Thema halt gar nichts. Und jetzt weiß ich eindeutig mehr darüber, über diese Nightmoving Companies. Und also ich habe jetzt nicht viel davon gesehen, also da waren doch drei Filme, aber ich finde das auch, glaube ich, sehr berechtigt. Der, genau, hat auf jeden Fall den Preis im Main Competition gewonnen. Dann gibt es noch den Preis für den Doc Deutsch Wettbewerb. Das ist ein Film, den, glaube ich, keiner von uns beiden gesehen hat. Der heißt Zwischen uns Gott. Ja, genau, da habe ich nur Archiv der Zukunft gesehen. Also da kann ich auch nur von dem reden, aber der wird schon gut sein. Der Publikumspreis, der ging an den Film Jenseits von Schuld. Habe ich leider auch nicht gesehen. Ein Film, den ich gesehen habe und über den ich auch letzte Ausgabe gesprochen habe, ist My Stolen Planet. Und der hat den deutschen Dokumentarfilm Musikpreis gewonnen. Ah, interessant. Ja, es gab noch den Dokumentarfilmproduktionspreis, der ging an Land der verlorenen Kinder. Auf den komme ich gleich nochmal zu sprechen. Und der Dogfestpreis der SOS Kinderdörfer weltweit, der ging an einen Film, der schon, war es im vergangenen Jahr oder dieses Jahr beim Sundance Film Festival schon ein bisschen so rumgegangen ist. Der hieß A New Kind of Wilderness. Genau. Das sei auch nur ganz kurz am Rande noch erwähnt, weil ich eben gesehen habe, dass er auch noch diesen Preis mitbekommen hat. Einen Film, über den ich ein bisschen ausführlicher vielleicht sprechen möchte, der jetzt auch bald bei uns in den deutschen Kinos startet, ist Das leere Grab. Von Agnes-Lisa Wegner und Sissi Melay. Der Film dreht sich vordergründig um die Suche nach dem gestohlenen Schädel des 1906 von deutschen Kolonialherren ermordeten Songea Mbarno. Und dessen Nachkommen versuchen, eben herauszufinden, wo genau der Schädel jetzt viele Jahrzehnte nach seiner Entwendung gelandet ist. Diese Suche dauert halt schon mehrere Generationen und dieser rassistisch motivierte Raub von diesem Schädel, der ist das Zentrale, aber nicht das einzige Beispiel von deutschen Kolonialverbrechen, was eben die beiden Regisseurinnen da in ihrem Dokumentarfilm ein bisschen ins Licht rücken. Sie folgen so ein bisschen dem Fortschritt, dieser sehr, sehr langwierigen Suche danach, die mittlerweile eben dem Urenkel von Songea Mbarno obliegt und begleitet einerseits eben die Nachkommen in Tansania, aber auch AktivistInnen in Deutschland, die hier eben auch für eine Aufarbeitung der Kolonialverbrechen und so weiter kämpfen, die sich für Straßenumbenennungen einsetzen oder die sich überhaupt für eine Auseinandersetzung mit dieser Geschichte einsetzen, denn die wurde hier ja hierzulande weitgehend ignoriert. Und das, was da geschildert wird, das ist sehr auffühlend geschildert, das ist auch sehr emotional geschildert, weil er nicht nur eben diese große, ganze Perspektive aufmacht, sondern schon auch eben auf die sehr persönliche oder persönlich familiäre Geschichte von eben diesem Urenkel zum Beispiel blickt und ja offenbart einfach auf eine sehr nachdrückliche Art und Weise, was für gravierende Lücken mit der Auseinandersetzung dieser Vergangenheit hier in Deutschland herrschen. Und also liefert damit nicht nur einen Beitrag dazu, diese Lücken so langsam mal zu schließen oder zumindest damit beginnen sie zu schließen, sondern setzt auch ein Mahnmal, dass es halt so lange gedauert hat, dass es überhaupt mal zu so einer Auseinandersetzung kommt. Und das ist ein sehr eindrückliches Dokument und kein Film, der natürlich so ein einfaches Thema behandelt, aber einer, der durch seine Erzählweise und auch durch seine Mischung aus natürlich aus den persönlichen Perspektiven, aber auch durch den Input von WissenschaftlerInnen, KuratorInnen, die so die Vergangenheit so ein bisschen beleuchten und wie das alles dazu geführt hat, beziehungsweise aus welchem Grund auch zum Beispiel der Schädel damals entwendet wurde. Und es geht halt nie nur um diesen einen konkreten Gegenstand, es geht nie nur darum, dass halt der Schädel zurückgeholt werden soll oder dass halt die Straße umbenannt werden soll, sondern es geht auch um das große Ganze, nämlich dass man sich endlich damit, mit dieser Scheiße auseinandersetzt. Ja. Da kann dieser Film sicherlich seinen Beitrag dazu leisten, auch wenn das hier natürlich nur Momentaufnahmen sind und wenn auch der Besuch von Frank-Walter Steinmeier dann im November 2023 auch nur ein kleiner Teil von diesem Prozess ist. Es ist zumindest ein kleiner Schritt in diesem Prozess der Aufarbeitung und der Auseinandersetzung mit dieser Geschichte, mit der man sich nun mal zwangsläufig wirklich auseinandersetzen sollte. Man muss halt irgendwo anfangen und ein kleiner Schritt ist besser halt gar nicht ein Schritt dann im Endeffekt. Ja und es reiht sich so ein bisschen ein, es gab auf der Berlinale, hat ja dieses Jahr The Homie gewonnen. Ein Film auch über die Kolonialverbrechen, aber von Frankreich, wo es darum ging, dass jetzt Frankreich Kunstwerke an das Königreich Benin zurückgegeben hat. Schlägt also in eine ähnliche Richtung, wobei hier eben bei The Homie war das Ganze noch so ein bisschen mystisch aufgeladen, indem auch den Kunstwerken so eine Stimme gegeben wurde. Und hier sind es halt eher diese ja schon persönlichen Geschichten, die diese gesellschaftlichen Anklagen oder das Ganze aufbrechen. Okay. Es klingt nicht einfach, aber auf jeden Fall wichtig und spannend. Ja, also ist für mich auch eine Empfehlung. Das heißt, sollte der auch, er wird jetzt auch bald in den deutschen Kinos laufen. Also man müsste ihn jetzt nicht mal beim DocFest schauen. Ihr habt noch die Gelegenheit, je nachdem wann der Podcast erscheint, noch fünf oder vier Tage. Wir bemühen uns, das Ganze schnell zu veröffentlichen hier. Also fünf oder vier Tage, wie der Paul sagt, zehn bis zwölf Filme. Das leere Grab ist auf jeden Fall ein Film, der lohnt sich. Sehr schön. Was sich auch lohnt, oder den haben wir beide gesehen, Paul? Watching You. Ja, lohnt er sich? Ja, find schon. Das war ja eigentlich der Eröffnungsfilm von dem DocFestival dieses Jahr. und geht um Palantir und seinen CEO Alex Karp. Palantir ist ein milliardenschweres Tech-Unternehmen, das sich vor allem auf Datensammlung und Aufbereitung spezialisiert hat. Und wie wir alle wissen, sind Daten sehr, sehr, sehr wertvoll und sehr, sehr viel Geld wert. Und die in den verschiedensten Anwendungsbereichen von Militär bis Terrorbekämpfung, bis hin zu einfach soziale Netzwerke, Connection, Fin, was auch immer, benutzt werden. Und Palantir da halt so der Vorreiter in diesem Feld ist, der halt wirklich mit allen Geheimdiensten und Militärororganisationen, was auch immer, zusammenarbeitet. Und ja, und um den... Wie beschreibt man den Typ? Der Typ, also der Alex Karp, schaut ein bisschen aus wie Taika Waititi. Ähm, jetzt nehme ich aus Taika und Ted in Ted Mosby. Ähm, und auch um seine doch sehr interessante Persönlichkeit, nennen wir es mal so. Und wie Palantir vor allem auch in Deutschland agiert und die Verbindung mit Deutschland hat. Und ja, um dieses ganze moralische Dilemma von wegen, ähm, was darf man mit Daten? Was macht man mit Daten? Und wie geht Palantir mit Daten um? Spoiler, nicht ganz so geil. Aber, also, ich habe gemeint, der lohnt sich. Aber es ist halt auch genau mein Thema. Also, ich habe ein Format studiert, ich studiere jetzt Data Science. Äh, ich war actually schon mal in den Büros von Palantir in New York oder Washington, also in den USA auf jeden Fall. Ähm, ich finde das mega faszinierend alles. Also, diesen ganzen, diesen ganzen Ablauf von, oh ja, wir machen diese, diese, diese Firma bis hin zu, mhm, ja, also, wir können alles über jeden im Prinzip herausfinden. Und, ähm, wir müssen das jetzt doch in Deutschland irgendwie regulieren, was damit gemacht werden darf und was nicht. Und wie es jetzt auch mit künstlicher Intelligenz und allem weitergeht. Es ist halt genau mein Thema. Und ich fand die, ich fand die wirklich, wirklich spannend, äh, die Doku. Sie interviewen auch einen ehemaligen Palantir-Mitarbeiter, der dann auch erzählt, wie das so ist, wenn man aus der Firma raus möchte. Und dass das, äh, dass da halt irgendwie alle eigentlich in NDAs unterschreiben müssten. Und dass er so auch, er sagt selber, er ist ein Sündenbock dargestellt worden. Er kennt jetzt nur seine Seite, er wisst nicht, was die Wahrheit ist. Aber ja, ich hab, aber wie ich vorher ausgetappt, ging's dir da anders? Du, das Thema, da bin ich voll bei dir. Das Thema ist jetzt ja auch nichts Neues. Das wurde ja auch schon viel diskutiert, gerade was den Datenschutz und so oder die Verarbeitung von Daten angeht. Aber das ist ja trotzdem spannend, weil es ja auch eine ständige Entwicklung oder weil es ja ständig, äh, was Neues gibt, beziehungsweise jede technische, ähm, neue Entwicklung oder jeder Fortschritt, der dahingehend passiert, der bringt ja dann wieder neue Problemzweige mit sich. Ja, genau. Und es geht halt auch so schnell zur Zeit, dass man da halt kaum mitkommt. Ja. Diese Doku stopft so viele Sachen hintereinander. Ich hab mich stellenweise gefühlt, als streut es so ganz viele Sachen ein und ich weiß nicht, welches, welches davon sie genau jetzt richtig behandeln wurde, weil irgendwie hat sie ganz, 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 ganz viel erzählt und ganz viele Probleme angesprochen und da gibt's Proteste und dann halt Donald Trump, dann gibt's hier die, mit der Einwanderungsbehörde in den USA, dann Hessen, äh, Data, dann hier das Urteil vom Verfassungsgericht und diese Diskussion, die, die wie gesagt, ja, auch nicht so einfach ist, die kam immer nur in so Bruchstücken. Also zu keinem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, das ist jetzt hier wirklich eine eingehende Auseinandersetzung. Und ich bin ja auch einer, der jetzt nicht so tief in diesem Ganzen, äh, der jetzt kein Data Science studiert, der sich, der sich, der sich aber zumindest, also dem das Thema interessiert, weil irgendwie betrifft's uns ja doch irgendwie alle, aber der sich da einfach eine wesentlich auch stringentere und tiefere Auseinandersetzung gewünscht hätte, als das, was hier gezeigt wurde. Und obendrein kommt dann ja auch noch, das heißt ja Watching You, die Welt von Palantir und Alex Karp. Mhm. Ja. Alex Karp, okay, man interviewt hier, ich glaube, seine Doktormutter war's und einen, das hab ich nicht ganz so verstanden, einen, einen, einen Mann, der früher mal mit ihm zusammen einen Film gedreht hat über einen Mann, der eigentlich nicht wollte, dass er einen Film über ihn gedreht wurde und jetzt ist das quasi Jahre später dasselbe, aber er ist der Mann, der eigentlich nicht will, dass man einen Film über ihn dreht. Aber dieses, er bleibt halt auch in dem Film völlig unantastbar. Völlig, es gibt so ein paar Szenen, wo sie so, so ein bisschen versuchen, nicht mal ihm irgendeine Frage oder mit ihm ein Gespräch zu führen, sondern einfach nur so kurz Bildmaterial von ihm zu haschen oder sowas von wegen, ja, ja, die wollen einen Film über mich drehen, aber eigentlich will ich gar nicht. Und es gibt ja ein paar, so ein paar Weggefährten oder so, die dann versuchen, so ganz grob zu umreißen, was, was hinter diesem Mann steckt, aber auch was da für, äh, für, für Diskussionen oder für Themen drinstecken mit seiner politischen Positionierung, mit dem Ganzen, wo er auch selbst sagt, ja, vor ein paar Jahren hätte ich vielleicht selber noch gegen das demonstriert, was ich jetzt hier mache oder so. Ja, ja. Das, mit dem wird sich aus meiner Sicht nicht wirklich auseinandergesetzt, sondern das ist einfach nur alles ein großes Sammelsurium an ganz vielen Szenen, wie wenn man am Anfang von einer Doku im Fernsehen sieht, was in, was einen in dieser Dokumentation alles erwartet und dann kommt der Vorsprung und dann geht's los, aber irgendwie... Okay, ich hab das Gefühl, hab ich gar nicht gehabt. Also, für mich war das eigentlich... Klar, er macht schon einiges auf, aber für mich macht er auch genug wieder zu, dass ich den Rest auch akzeptieren kann. Und ja, das mit dem... Also, ich weiß, was du meinst, dass man von ihm halt so gar nichts mitbekommt, aber ich würde es jetzt nicht unbedingt auf die Doku schieben, weil ich hätte gesagt, sie haben alles probiert, um mit ihm Gespräche führen zu können, nur er hat es jetzt einfach da und abblitzen lassen, ne? Ja, aber warum schreibst du dann Alex Karp so richtig in den Titel? Also, ich verstehe das. Aber dafür war es dann zu wenig, fand ich, von den Menschen. Auch wenn natürlich versucht wird, da durch Doktor Mutter, wie gesagt, so ein bisschen das zu beleuchten, aber es wird nur greifbar. Und man merkt halt auch, natürlich, der lässt halt nur so viel rüberkommen, wie unbedingt nötig ist oder wie unbedingt... Ja, aber es ist hier auch... Also, ich glaube, Palentir und Alice Karp auch zu trennen, wäre auch gar nicht möglich. Also, ich glaube, wenn du da die Welt von Palentir dir anschaust und dann musst du automatisch über ihn da was miterzählen und mitgeben halt. Und das ist halt einfach... Aber er ist ja auch nicht der Einzige, der hinter Palentir steckt. Zum Beispiel dieser Peter Thiel, der auch kurz eine Rolle spielt, aber auch nur so kurz reingeschoben, so wie, das muss man halt erwähnen, weil es ist Palentir... Es ist ein bisschen so, es ist ein bisschen wie Projekt Ballhausplatz, wo du dir halt wirklich so denkst, wenn du das so auf 90 Minuten runter komprimiert bekommst, wo du dir halt so denkst, so, what the fuck, und das habe ich alles schon erlebt in meinem Leben. Also, das ist alles in österreichischer Politik schon passiert, während ich wahlberechtigt bin im Prinzip. Und vielleicht ist es da auch so ein bisschen, dass wenn man das die ganze Zeit immer so mitbekommen hat oder einfach so die Nachrichtengesten hat, dass es dann einen nicht so erdrückt, wie wenn man das zum ersten Mal so komplett komprimiert jetzt auf 90 Minuten sieht. Vielleicht ist das auch der Unterschied. Und ich, also, ich finde das, ich finde das alle... Also, es ist halt alles ein Riesenkonzern und es gibt halt eindeutig mehr Kontroversen, als der... Als man in 90 Minuten pressen könnte. Ja, genau, dass man 90 Minuten pressen könnte vor allem. und ich glaube einfach nur mal so einen Überblick zu bekommen, um einfach zu sagen, so, yo, vielleicht schaut es euch das mal an und vielleicht ist es auch smarter, sich mal zu überlegen, was mit seinen Daten passiert und allen. Ist es so vielleicht ganz gut, dass der einen so überwältigt? Aber klar, man könnte natürlich sieben Fokus drehen. Aber selbst für den Überblick fand ich ihn halt nicht wie einen Überblick, sondern wie ein Bäm, hier das und dann machen wir noch ein bisschen das und ein bisschen das und ein bisschen das und zwischendrin. Diese Szenen, okay, diese Verbindung mit dem Vergangenheit und mit dem Film. Ja, das habe ich nicht. Das hätte ich auch nicht gebraucht. Beziehungsweise auch diese... Also, klar, gut, die Recherche auch dahinter zu zeigen. Aber auch die Recherche kam dann irgendwann fünf, sechs Mal, wo ich mir auch gesagt habe, okay, ich weiß es nicht. Da hätte ich mir lieber dann noch eine tiefe Auseinandersetzung mit so Kontroversen oder meinetwegen auch mit AktivistInnen, die hier ganz am Rande auch mal zu Wort kommen. Zum Beispiel, wie wär's die Raging Grannies? Ja, ja, ja. Aber auch nur so ganz kurz und auch nur in dieser einen Kontroverse. Also, ich fand's wahnsinnig viel und mich hat der Film echt nicht bekommen. Okay, mir ging's komplett anders. Also, mich hat der komplett bekommen. Ich fand den wirklich interessant. Ich fand den auch, also, klar, wie gesagt, also, ich stimme vollkommen zu, der hat, der ist viel, der hat viel Information, aber das hat mich jetzt nicht gestört. Ich fand den auch jetzt nicht zu überladen, dass er Sachen da zu wenig einräumt hat. Klar, er hat viel Zeit dafür und jedes wenig Zeit, aber ich finde trotzdem, dass da alle irgendwie ihren Raum bekommen, um was zu sagen und da alle Seiten dargestellt werden. Also, auch eben von diesen Raging Grannies, von den ganzen Aktivistinnen. Aber, also, ja, wie gesagt, ich fand den trotzdem sehr interessant und mich hat der trotzdem bekommen. Ja. Ein Film, den ich vielleicht mehr mochte. Jetzt muss ich erst mal gucken. Wir sind schon wieder gut in der Zeit und ich habe noch so ein paar hier bei mir stehen. Ich guck mal kurz, welchen ich anspreche jetzt als erstes. Okay, machen wir mal was ganz anderes. Okay. Und zwar den Dokumentarfilm Monisme. Spontan Gedanken, worum es geht. Ähm, fliegen. Nein, also, der Film beginnt mit einer Szene, in der ein Mann mit einem Sack über den Kopf von einer Gruppe anderer Männer durch den Urwald geschleift wird und dort zusammengeschlagen wird. Ähm. Und man merkt recht schnell, dass es keine gewöhnliche Doku ist. Ist es überhaupt eine Doku? Jein, denn das ist eine Mischung aus Spielfilm. Das war eine Spielfilmszene. Aus Doku, aus Installation, aus Vulkanporträt. Ja, worum geht es? Also, es geht eigentlich um den Merapi. Das ist ein Vulkan auf der Insel Java in Indonesien. Das ist einer der aktivsten Vulkane des Landes und gilt auch als einer der gefährlichsten Vulkane der Welt. Und quasi im Schatten dieses Vulkans spielen sich viele verschiedene Geschichten ab. Manche fiktiv, manche sehr experimentell, manche vielleicht dokumentarisch, wenn man da so die Arbeit auch von WissenschaftlerInnen zeigt. Das DocFest hat sich einfach beschrieben und der erste Satz in der Beschreibung ist, wenn Vulkanforscher auf Paramilitärs im Dschungel treffen und es schlecht ausgeht. Okay, das klingt auch wie eine Mubi-Zusammenfassung von irgendeinem komischen Experimentarfilm, den wir schauen würden. Ja, und weiter geht's. Die inszenierte Interpretation der Welt, um den Vulkan Merapi auf Java, wird auf dokumentarischer Ebene mit dem Klimawandel, Politik und althergebrachten Brauchtum verwebt. Und das ist genau das. Das ist so ein riesiges Mosaik aus eben so ganz vielen Szenen. Manche ziehen sich auch so ein bisschen, manche sind richtige Handlungsstränge, die sich so ein bisschen durchziehen. Auch Figuren beziehungsweise Protagonisten, die wiederholt auftauchen und die alles so ein bisschen irgendwas immer in Verbindung mit dem Vulkan erzählen. Und zwischendrin erhält auch der Vulkan seinen ganz eigenen Auftritt oder seine ganz eigene Aura und seinen ganz eigenen Mythos fasst, indem ihn das eigentlich so alles gar nicht interessiert, was so an seinem Fuß ist. Der brucht halt Feuer und zeigt seine Gewalt. Aber das ist ein ganz auch audiovisuell szenenweise sehr einnehmender Film, aber auch ganz schwierig zu greifen, weil er ein bisschen so wie Otto Gorch nichts Handfestes anbietet, sondern immer nur zum Beispiel die Beziehung zwischen Mensch und der Natur beziehungsweise halt dem Vulkan oder für was dieser Vulkan steht, was dieser Vulkan auch angesehen wird. Bis heute glaube ich auch noch ein Ort, an dem immer noch Opfergaben zur Besänftigung der alten Geister gebracht werden. So ganz, er driftet auch gegen Ende wirklich ganz in das Spirituelle oder in das sehr Mystische ab und hat auch sonst eine total unzuverlässige Struktur. In dem Film ist es nicht so richtig sicher. Der geht auch zwei Stunden und ich kann jeden verstehen, der dann nach einer Stunde oder nach einer halben Stunde schon abschaltet und vielleicht sagt, ja, nee, weil es ist nicht so, dass irgendwelche Texttafeln, Interviews oder ein Voice-Over gibt, was dir hier jetzt die Fakten der Reihe nach da über den Vulkan liefert. Dokumentarfilm, wie gesagt, in Anführungszeichen. Okay, es klingt mega spannend. Ich habe mich aber dann auch gefragt, warum zum Beispiel dann solche Szenen wie am Anfang, wo man halt wirklich brutal wird und das ist auch nicht die einzige Szene, wo man wirklich so einen Gewaltakt zeigt, warum das überhaupt in der Form notwendig ist. Die Figuren an sich auch, weil es wirkt manchmal so, als wären es so mehr Alibi-Figuren. Also so, wir haben jetzt so ein paar Figuren, in Anführungszeichen, ist auch manchmal installiert oder manchmal wie so ein mystisches Theaterstück. Auf jeden Fall einer der eigenwilligsten Filme, die ich dieses Jahr auf dem Dogfest gesehen habe. Ja, klingt auf jeden Fall so. Aber wie gesagt, klingt auch irgendwie mega spannend. Dann gibt es noch einen Film, den habe ich vorhin schon mal erwähnt und das ist Das Land der verlorenen Kinder. Ein Film aus Venezuela, der die Lage von Kindern und Jugendlichen in Venezuela porträtiert. Das ist ein sehr heftiger Film. Gleich vorweg, der hat eine Inhaltswarnung, wo auch direkt drin steht, dieser Film enthält explizite Darstellungen von Gewalt und Tod von Neugeborenen. Ein sehr, wie haben sie es beschrieben, ein erschütternder Zustandsbericht über die Lage in diesem Land, über die Lage eben von Kindern und Jugendlichen in diesem Land. Ein Film von Juan Camilo Cruz und Marc Wiese und einem Produktionsteam, das während der Dreharbeiten von einer Jugendgang beschützt werden musste. Ein Begleiten durch den Alltag, der nur schwer als Alltag zu begreifen ist über die Straßenkriminalität, über Bandenfäden, Familienfäden, über Tod und wie gesagt Kinder, die da mit Waffen rumlaufen oder auf Patrouille gehen oder sich aus dem Haus rausschleichen. Das Ganze wurde auch, glaube ich, mit wirklich dem notwendigsten Material gefilmt, was gar nicht möglich war, da so viel Kamera-Equipment oder professionelles Equipment da mit hinzubringen, auch überhaupt über die Grenze zu bringen. Die Dreharbeiten stelle ich mir da auch sehr, sehr, sehr schwer vor. Den Alltag von den Kindern und Jugendlichen da noch viel schwerer und viel erschütternder. Ich finde es wirklich immer erstaunlich, was bei so einem Festival, da kann man wirklich, wenn du drei Filme aussuchen kannst, mit drei komplett unterschiedlichen Stimmungen dann aus dem Kino gehen und du weißt vorher auch nicht wirklich, was du da bekommst. Ja, kein einfacher Film und ja, auch ein Film, wo man wirklich den Handlungshinweis ernst nehmen sollte. Mhm. Puh. Du hast auch noch eins gesehen, einen Film. Der auch im Main Web überblief, nämlich, ich fand den Titel auch einfach toll, nämlich heißt die Doku Life and Other Problems, also relatable, würde ich sagen. Und der Aufhänger dieser ganzen Doku ist, dass im Kopenhagener Zoo eine Giraffe erschossen wurde, weil ich hab's mir nicht ehrlich, bin ich ganz verstanden. Irgendwas mit dem Genpool und irgendwas mit Naturgleichgewicht und dass diese also dieses Giraffen wenn diese Giraffe auch in freier Wildbahn von der Herde verstoßen worden wäre ähm und deswegen wurde sie dann im Prinzip zugetönt, weil sie sie nicht verstoßen konnten. Das ist so der Aufhänger von der ganzen äh von der ganzen Doku, warum also warum der Regisseur dann auf die Reise geht und sich die ganz leichten und überhaupt nicht Existenzkrisen anballenden Fragen stellt, so ähm gibt es Leben nach dem Tod, gibt es ein Bewusstsein, haben wir den freien Willen, ähm aber auch aber alles sehr wissenschaftlich, also auch viel um Evolution und um generell Leben und Tod und ähm was für Lebewesen gibt es, wie empfinden die, empfinden die anders als wir Menschen, ähm können wir uns irgendwie mit in Tiere, ich sag's mal, hineinversetzen oder was auch immer, ähm um sie besser zu verstehen und so und immer aber mit diesem mit diesem Konstrukt eben um diese ähm diese Giraffe um äh Marius hieß die und ja guter Name für eine Giraffe, oder? ähm und es kommen viele, viele Leute zu Wort, also auf der einen Seite der Direktor von dem Zoo, aber auf der anderen Seite auch ähm äh Direktoren und andere Leute von anderen Zoos oder Leute, die diese Giraffe auch retten wollten, die gemeint haben, sie kaufen die ab im Prinzip, was dann aber nicht passiert ist aus verschiedensten Gründen, weil sich auch der Zoodirektor doch immer irgendwie dagegen gestellt hat, ähm und dann natürlich auch von Leuten, die davor dann protestiert haben, äh die das auch nicht gut fanden, was da passiert und so, aber der, der ist sehr, also das, was ich gut finde, der ist sehr ausgewogen, also der zeigt, der zeigt beide Seiten und der zeigt auch die, ich sag jetzt mal, die Doppelmoral von beiden Seiten, weil ich meine, es ist ganz vorhin, es ist wirklich passiert, es geht hier im Dokus, diese, also Marius wurde dann getötet im Zoo und wurde dann halt an die Löwen verfüttert, weil die müssen ja auch essen äh und hat man halt diese tote Giraffe da jetzt und dann interviewt sich natürlich auch so einen Protestanten, der meint so, ähm warum können die Löwen nicht Schweine essen wie wir, wo ich mir so denke so, ja das ist auch eine komische Doppelmoral oder, also da, da ist es okay und da nicht, ähm also der ist, der, der, der bringt ein schönes Gesamtbild auf diese ganze Situation und wie gesagt, nicht nur auf das, sondern auch generell auf, ähm äh auf Bewusstsein und auf, ähm und auf Forschende, die Lebewesen in verschiedenen Situationen und Umgebungen und alles erforschen und was ich, zwei Sachen, die ich sehr, sehr positiv herausstellen möchte in dieser Doku ist, erstens, dass dort wirklich, äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stehen und auch sagen, es wissen wir einfach nicht, also wir, wir, das wissen wir noch nicht oder können wir auch noch nicht, oder können wir auch nie wissen im Prinzip, was ich, weil das ist halt einfach auch Wissenschaft und Forschung, dass man manchmal Sachen einfach noch nicht weiß und das auch zuzugeben, ähm, finde ich wichtig und auch besser, als halt irgendein Schmarrer, also sich auszudenken und, was ich dem Regisseur, der heißt, äh, Max Kästner hoch anrechnen muss, ist, äh, das, ich meine, das ist eine Doku, was er wirklich gut kann, ist Fragen stellen, dass er nicht nur einmal, sondern sogar zwei, dreimal von, ähm, hochgradigen Wissenschaftlern in deren Feld, also die wirklich wissen, was sie machen und da auch schon erziehtelange Erfahrung haben, ähm, die Antwort auf seine Frage bekommt, und dass sie darüber noch nie so nachgedacht haben, dass es eine sehr interessante Frage ist und dieser ganze Mix aus dem macht die Doku in meinen Augen wirklich, wirklich gut, weil sie eben alle Seiten, oder viele Seiten beleuchtet und das Ganze auch sehr wissenschaftlich und sehr genau angeht. Hm, das klingt sehr spannend, äh, steht auch auf meiner, äh, Liste an Filmen, die ich jetzt auch noch die letzten Tage beim DocFest, äh, schauen möchte, denn ich wollte erst mal noch so die Filme schauen, die ich mir im Vorfeld schon ein bisschen ausgesucht hatte, ähm, zu denen wir auch, vielen Dank da ans DocFest, auch vielleicht schon vorab mal reinschauen durften. Ja. Ähm, und das ist jetzt so einer von diesen Filmen, die werde ich mir jetzt vielleicht, wenn ich noch genügend Zeit finde, denn ich habe schon so eine kleine Liste an Filmen, die ich noch sehen möchte, aber der interessiert mich auch. Ja. Und was ich auch eine gute, ich sage jetzt mal, inszenatorische, äh, Entscheidung auch fand, ist, dass er im Prinzip, bevor er, bevor er dann Interviews mit Leuten führt, äh, liest er oft den E-Mail-Verkehr so kurz vor, dass er halt so denen schreibt, so, ob er sie dafür interviewen kann und bla bla bla. Und das finde ich entspannt einfach, wie doch die Arbeit eines Dokumentarfilm-Ingesseurs, wo er auch sich die zusammensetzt und wie er da die Leute, ähm, die Leute approacht und so. Das fand ich ganz cool. Jo. Jo. Dann würde ich das Ruder noch mal kurz übernehmen. Ja, du hast doch einiges mehr gesehen als ich. Ja, aber ich mache, wie gesagt, zwei Filme, äh, noch ganz kurz. Ich hoffe ja, zu dem einen wird es vielleicht noch mal eine ausführlichere Besprechung hier beim Tele-Stammtisch geben, weil das ist auch ein Film, der jetzt bald in den deutschen Kinos startet, wobei hat er schon ein Startdatum? Ich weiß es nicht. Der heißt Schahid und erzählt, also ist auch eine Doku-Schrägstrich-Fiktionalisierte Variante einer Geschichte. In dem Film tritt ein alter Ego der Regisseurin Nargis Kalhor auf. Im Film heißt sie Nargis Shahid Kalhor und dieser Mittelname, der bedeutet Märtyrer. Und von diesem, ähm, Mittelnamen möchte sie sich lösen, weil sie diesen loswerden möchte, weil Märtyrer zu sein oder Märtyrer im Namen zu haben, ist nichts, womit sie sich identifiziert oder womit sie was zu tun haben möchte, so ganz grob zusammengesagt, weil damit ja auch irgendwo eine Belastung einhergeht. Und damit hat sie alle Sachen, die es da gibt, ähm, hat sie zusammengepackt und ist dann natürlich aufs Amt gegangen und will halt diesen, diesen Namen ändern lassen. Es fehlt eine Unterlage, das ist das psychologische Gutachten. Ähm, warum sie denn dieser Name so, äh, belastet und dies und das. Und der Film erzählt dann eben auf, auf eine, ja, eigene Art und Weise, wie sie damit umgeht. Es ist auch ein Metafilm, Film im Film. Alter! Ich fand ihn gut. Ähm, es ist, das habe ich dir geschrieben, es ist ein Musical, auch manchmal. Also es wird auch gesungen und auch so ein bisschen getanzt. Ist ganz wild. Und es ist auch ein bisschen täglich grüßtes Murmeltier, weil sich dieser Abschnitt auch wiederholt. Wir sehen sehr oft denselben Beginn. Und es ist ein sehr interessante Dokufiktion, Metafiktion über diese Schauspielerin, über diese, also über diese Regisseurin. Und ihrem ganzen Umgang quasi mit der Gegenwart oder auch mit dem deutschen Bürokratiesystem und so weiter. Müsste man mal näher drauf eingehen oder näher, vielleicht kommst du ja auch mal dazu. Und mich würde sehr interessieren, was er, wie er dir gefällt, weil der ist auch eigen und der wird wahrscheinlich auch nicht jedem zusagen. Mir hat er aber, im Gegensatz zu Monisme, wo ich dann doch ein bisschen, wo mich so ein paar Sachen gestört haben, fand ich den schon gut. Und dann habe ich noch einen Film gesehen, der hieß Forest von Lydia Duda. Da geht es um eine kleine Familie, die mit ihren drei Kindern in einem Haus in den letzten Urwäldern Europas an der Außengrenze der EU lebt. Dort sich ein kleines Idyll aufgebaut haben, wo sie halt zusammen im Garten sind und die Natur beobachten können. Da gibt es Bisons, da können sie so ein bisschen imkern. Und nachts vor allen Dingen bewegen sich aber auch unterkühlte Menschen durch den Wald, die in die EU flüchten. Und es beginnt dieses ganz idyllische Familienleben mit Wäsche aufhängen und so ein bisschen mystische Natur. Die Familie lebt zusammen und nachts deuten sich da halt mehr Dinge an. Und das wird nicht sonderlich konkret. Man sieht zwar auch Ausschnitte, aus so nächtlichen Aktionen und auch aus Hilfsaktionen. Die Familie, die entscheidet sich dann dazu, eben dort zu helfen, weil diese Dinge sich nun mal fast unmittelbar vor ihrer Haustür abspielen. Aber der Fokus liegt schon eher auf der Familie. Also das andere bleibt alles sehr vage. Und es ist letztlich eher ein Film über die Probleme und den Alltag der Familie dort. Und zum Beispiel solche Gedanken, irgendwie, ob sie überhaupt dorthin ziehen würden, wenn sie wüssten, was sie jetzt wüssten, wenn sie wüssten, was sie dort erwartet. Und von dem, was da tatsächlich Grausames und Unmenschliches geschieht an der Außengrenze, das bleibt relativ verschwommen. Ich habe dann sofort an Anfang des Jahres Green Border gedacht, an Agnieszka Hollands Green Border, der sich eben auch mit dem Teil des Grenzgebietes auseinandergesetzt hat. Auch mit der grünen Grenze eben, wo auch viele Fluchtsuchende entlang gehen. Und es könnte ja auch so ein bisschen so ein Puzzlestück von diesem ja multiperspektivisch angelegten Drama sein. Aber es wäre irgendwie so eins, das so angesichts der Dinge und Schicksale, die sich dort in dem Wald oder die sich mit den Fluchtsuchenden dort abspielen, ein bisschen in den Hintergrund rücken würde. Aber es bleibt auch irgendwie mit den Auswirkungen auf die Familie andeutungshaft und ist in meinen Augen nicht ganz so eingängig wie zum Beispiel der Spielfilm von Agnieszka Holland, der das Ganze natürlich fiktionalisiert und hier, wie gesagt, eher die Familie und das Ganze in voller Grund gerückt wird. Ja. Okay. Ja, wie gesagt, immer wieder spannend, was für Drogos da laufen. Also von den Themen, die wir jetzt, also die jetzt wir hier abdeckt haben und ich meine, dass in alle Richtungen geht das Spektrum an Themen ja auch noch weiter, wenn man sich da die ganzen Filme anschaut. Also das ist schon faszinierend. Es gibt aber auch allein über dieses Thema, über die Fluchtsuchenden in Europa oder an der europäischen Außengrenze, auch im DocFest, glaube ich, noch einen Beitrag, den ich jetzt aber nicht gesehen habe. Mich würde sehr interessieren, wie der im Vergleich dazu aufgemacht ist. Da weiß ich so gar nichts drüber. Da muss ich nochmal, vielleicht reiche ich das an irgendeiner Stelle nochmal nach, wenn ich den gesehen habe. Und da sind wir auch gleich noch bei einer ganz, ganz, ganz kurzen Rubrik. Ich weiß gar nicht, wie du, gibt es noch irgendwas, was dich interessieren würde oder was du dir vielleicht, wenn du denkst, wenn es später mal irgendwo erscheint, dann würde ich da definitiv mal reinschauen? Ja, also Shahid auf jeden Fall. Vor allem nach deinen Erzählungen, glaube ich, dass der mir, also ich finde das Thema sehr interessant und ich glaube, dass ich den auch natürlich sehr spannend finde. Deswegen, der würde mich auf jeden Fall noch interessieren und auch den mit dem Vulkan, wo ich vergessen habe, wie er heißt. Monisme. Ja, genau, genau. Aber die zwei würden mich auf jeden Fall schon noch interessieren. Ich meine, ich habe noch sechs Tage, mal schauen, vielleicht kriege ich das ja noch hin. Klick auch einfach mal durch. Man kann sich auch in dem Programm ja aussuchen lassen, welche online verfügbar sind, welche Filme. Da wird, also ich zumindest bin da recht schnell noch bei weiteren fündig geworden, die ich mir noch ansehen werde. Tell Them About Us zum Beispiel, ein deutscher Film. Es gibt, denke ich, da noch sehr viel zu entdecken. Mich hat es auch gefreut, wieder ein bisschen über das Dogfest München zu streifen. So sieht es aus. Und damit würde ich sagen, ich danke euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Reinhören. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da auf den bekannten Podcastportalen oder bei Social Media. Schreibt uns gern in die Kommentare, welche Dokumentarfilme ihr so die letzte Zeit gesehen habt oder vielleicht vorhabt, auf dem Dogfest zu sehen. Da stöbern wir gerne durch die Filme, die ihr uns da schreibt. Und ansonsten bleibt mir nichts zu sagen, außer tschüss und bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr mehr von Paul und mir hören wollt, könnt ihr auch gerne bei unserem Podcast In the Mood for Mubi vorbeischauen, wo wir letztens auch wieder über eine wilde Mischung aus Filmen, die auf Mubi laufen, geredet haben. Also ja, wenn ihr daran Spaß habt, schaut gern neu vor, wir würden uns freuen. Und dann auch von meiner Seite, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammfisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail, sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.